Sie haben wiederkehrende Aufgaben im Unternehmen, sei es Prozesse, Geschäftsprozesse, sei es IT-Prozesse und Sie möchten diese digitalisieren? Ich zeige Ihnen, wie Sie mit Microsoft 365 diese digitalisieren und automatisieren können. Mein Name ist Alexei Kusner von der Firma Lernentwerk. Bis gleich! Verschaffen wir uns erstmal eine kleine Übersicht. Wiederkehrende Aufgaben oder wiederkehrende Prozesse im Unternehmen. Es gibt verschiedene Aufgabenunternehmen, egal welche Abteilung, ob es von der IT-Abteilung ist, ob es Verwaltung ist, Vertrieb und Co. Da gibt es einige Aufgaben intern, die immer wieder durchgeführt werden müssen. Und in diesem Beispiel habe ich eine Aufgabe mitgebracht oder ein Prozess mitgebracht, zum Beispiel für die Immobilienbranche, nämlich die Wohnungs- oder Objektaufnahme, Objektbegehung, wie man das Ganze digital abbildet, ein digitales Protokoll zur Verfügung stellt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, um diesen Prozess anzusteuern, bis die Immobilie oder das Objekt wieder vermittelt werden kann, wie das Ganze ablaufen kann. Schauen wir uns das Ganze mal Stück für Stück an. Ja, schauen wir uns mal kurz den Aufbau an. Wie kann man denn diesen Prozess mit Hilfe von Microsoft 365 komplett digital abbilden? Ich bin ja hier in Microsoft Teams, das heißt, dieser Prozess soll in Microsoft Teams auch bearbeitet werden und nachverfolgt werden und so weiter. Und wir haben hier diverse Technologien im Einsatz, wie zum Beispiel Microsoft Teams, wir haben Microsoft Flits, wir haben Power Automate, SharePoint Online und Co. für verschiedene Einsatzzwecke im Einsatz. Das Ganze ist abgebildet als quasi ein digitales Service, den hier ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nutzen kann, zum Beispiel Immobilien-Service. Und hier haben wir zur Verfügung ein Protokoll, was in dem Effekt ein digitales Formular da steht für die Wohnungsaufnahme bzw. die Objektbegehung, das heißt, zum Beispiel Objektnummer und so weiter. Und danach wird das Ganze in eine digitale Liste abgelegt. Das heißt, für jedes Objekt, von jedem, der das durchführt, wird quasi eine digitale Liste gepflegt, um den Status zu trecken und den ganzen Verlauf durchzuführen. Das heißt, von der Protokollstellung bis hin feststellen, dass da vielleicht eine Renovierungsarbeit notwendig sind, hier eine Partnerfirma angefragt werden muss, hier ein Angebot abgeholt werden muss, bis das einfach alles erledigt ist und hier an die Vermietung wieder rangegangen werden muss und Bescheid gegeben wird, hey, die Wohnung kann oder das Objekt, wie auch immer, kann wieder vermietet werden. Also was auch immer das ist, das Ganze ist natürlich wirklich auf die Demo hier in der mobilen Branche quasi kurz gehalten, aber man kann es ja für alles einsetzen, wie man sich das möchte. Das heißt, man kann sich das Ganze ja überlegen, welche Prozesse habe ich unternehmen, welche Wiederkehrendenaufgaben habe ich unternehmen, wie kann ich da in die Richtung das Ganze, ja, quasi kopieren oder ähnlich durchführen. Aber vor allem, das Schöne daran ist, ich kann es individuell so anpassen, wie ich es möchte. Das ist ja das Persönliche, was ich am ganzen Jahr mag. Also der Aufbau ist, wie gesagt, wir haben einen digitalen Service, wo wir digital ein Formular haben, wir haben eine automatische Dokumentation der Einträge in den digitalen Formular und wir haben einen Prozess bis zur Abbildung, sodass das Ganze vermietet werden kann, hier mal so als Beispiel dargestellt. Ich bin ein Freund davon, eine Demo-Umgebung zu bauen, wo man das einfach zeigt, wie das funktionieren kann. Ich simuliere erstmal, ich bin jetzt ein Angestellter in einer mobilen Branche, in einem Unternehmen, wo wir Vermietungen, Verwaltungen von Immobilien durchführen und ich mache jetzt quasi eine Wohnungs- bzw. Objektbegehung und schaue mir das Ganze an, wie der Zustand des Objekts ist. Dazu gehe ich auf Protokoll, entweder mache ich das mit meinem PC oder Laptop oder ich mache das mobil, weil ich dann unterwegs bin, lieber mit meinem Tablet oder mit meinem mobilen Gerät. Dieses Protokoll bzw. dieses digitale Formular kann ich aufrufen, wie ich selber Lust und Laune habe, sage ich mal. Was mir gerade besser passt. Ich habe hier eine Objektnummer in diesem Beispiel, die ich eingebe. Das heißt, dass es die Nummer vielleicht, die im System hinterlegt ist für das entsprechende Objekt. Ich simuliere einfach mal hier eine Nummer und schaue mir die Wohnung oder das Objekt an und stelle fest, ja, die Mieter haben viele Jahre da gelebt, es muss auch ein bisschen was gemacht werden. Es ist nicht so schlimm, aber es muss trotzdem ein paar Renovierungsmaßnahmen durchgeführt werden und sagen, okay, es ist ein Renierungsbedürfnis, das Ganze muss ein Trüppel werden. Nein, es wurde alles entfernt, was man da braucht. Man muss ja jetzt nichts in Trümpeln, aber es muss halt renoviert werden und beschreibe das Ganze noch vielleicht, ja, irgendwie Fliesen im Bad, muss auch was gemacht werden, vielleicht Boden muss auch was angepasst werden. Also ich beschreibe einfach nur den Zustand. Das ist wichtig für uns selber quasi und auch natürlich im Nachhinein für die Firma, die das vielleicht bearbeitet, das heißt die Renovierungsarbeiten durchführt, dass man hier eine Beschreibung hat. Zusätzlich möchte ich vielleicht auch Fotos mitgeben und sage, ja, ich möchte Fotos hier mitgeben von verschiedenen, vielleicht von Objekten generell, aber auch von Schäden, die ich hier mit aufnehme. In diesem Beispiel lasse ich mal die Fotos weg, aber ich kann, wie gesagt, die Fotos mitnehmen, so wie ich losen Launen habe. Hier in diesem Beispiel sogar, glaube ich, ja, drei Dateien kann man anhängen, kann auch mehrere, so groß dürfen die sein, also wie man da, ja, wie das Handy hat im Unternehmen so ist. Fotos werden ja in diesem Beispiel erst nicht benötigt. Ich schicke das Ganze ab und was soll hier passieren? Das heißt, hiermit starte ich den Prozess, denn im Prozess führt die Durchführung der Aufgaben, die Renovierung und Co. bis hin, dass eine Aufgabe an die Vermietung geht, um die Wohnung zu vermieten, die dann nachhinein auch aktualisiert im ganzen Staat, wenn die Wohnung vermietet ist. Das heißt, der ganze Ablauf von der Begehung von Aufnahmen bis hin zur Vermietung mal gezeigt und quasi der auch nachverfolgt werden soll. Gut, wenn ich das Protokoll ausgeführt habe, das Digitalformular, dann habe ich eben meine entsprechende digitale Liste, wo ich dann meine Protokolle und meine, ja, meine quasi Einträge sehe. Das dauert je nach Zustand, wie viel eingegeben wird und so weiter, kann es ein paar Minuten, beziehungsweise ein paar Sekunden auch dauern, wie das System so ist. Ich kann es aber jetzt neu laden, um einfach den neuesten Zustand sofort zu sehen. Im Alltag ist es ja immer so, man protokolliert, man ist unterwegs und später geht man in die Firma und schaut sich das an. Und es ist protokolliert in dem Sinne und jetzt wird quasi hier ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder ich selber, gehe das Objekt und schaue mir das an, okay, das wurde alles mitgenommen, was ich da brauche. Das heißt, das sind die Formationen aus dem digitalen Formular. Und jetzt habe ich hier noch verschiedene Arten, andere Statusmerkmale. Das heißt, für jede Besichtigung wird quasi einmalig diese, so eine Liste angelegt, beziehungsweise ein weiteres Objekt in dieser Liste, wo dann verschiedene Steps dargestellt werden, bis die Wohnung und Immobilie wieder vermietet werden kann. Hier zum Beispiel Thema Partnerfirma. Das heißt, ich habe das Ganze aufgenommen und sehe, okay, das sind ja Regierungsarbeiten notwendig. Und dafür, das sind auch welche, ich schaue mir das an und sage, okay, die Partnerfirma 2 oder 1, die passt zu mir. Ich habe meinen Namen vielleicht stehen, aber ich wähle einfach hier mal die Firma 1 aus. Das heißt, ich möchte hier nicht eine E-Mail schreiben und sage, ich wähle einfach die Firma aus. Es wird automatisiert eine Nachricht, eine Angebotsanfrage an die Firma verschickt. In diesem Fall per E-Mail, wo gebeten wird, hey, hier sind die Eckdaten zu einem Objekt X, Y, das und das muss gemacht werden. Bitte teilt uns doch ein Angebot mit. Das heißt, ein strategierter Prozess, um quasi Angebote von den entsprechenden Firmen sich einzuholen, um zu gucken, um die dann entsprechend dann auch weitergeben zu können. Das heißt, vielleicht, die Immobilie gehört mir ja gar nicht. Ich verwalte oder vermiete die Immobilie und möchte dann in Besitz der Immobilie dann ja sagen, wieviel die Renovierungsarbeiten ja auch kosten am Ende des Tages. Wie gesagt, was hier passiert ist, dass im Backend quasi der Automatismus das Ganze sich schnappt und quasi dann in diesem Fall ein E-Mail rausschickt an die Firma, die ich hier ausgewählt habe, das sind Kontaktdaten hinterlegt, um eine Bitte eines Angebots. Schauen wir uns das kurz an, wie das auf der Gegenseite aufsieht. Das heißt, ich bin ja zum Beispiel jetzt die Firma, die jetzt solche Anfragen hinnimmt, also die Renovierung durchführt. Und ich habe hier zum Beispiel eine E-Mail erhalten, das spricht man ja vorher ab, wie die E-Mail aussehen soll, wie das Ganze ja quasi gehandhabt werden soll. Und hier steht es, okay, jetzt will ich schon ein Objekt handelt es sich, eine Währungsarbeit ist notwendig. Hier sind vielleicht Fotos mit angehängt, Beschreibungen und Co., so dass ein Angebot quasi, ja, ein Angebot abgegeben werden kann. So, jetzt kommt im Laufe des Tages oder in der nächsten Zeit ein Angebot. Und das ist mit einem bestimmten Wert dahinter sehen. Und ich schaue mir das Ganze an, ey, zu diesem Objekt habe ich jetzt ein Angebot erhalten. Also trage ich das mit ein und das Firmenangebot, das laut ist zum Beispiel 3.500 Euro, möchte ich das Unternehmen haben, bis das alles renoviert ist. Also es wird eingestellt, alles. Und was passiert jetzt? Das heißt, es ist ein Angebot ja draußen. Jetzt möchte man ja eigentlich an den, zum Beispiel, ich bin jetzt ein Verwalter, eine Vermieter nur, das Objekt gehört mir ja nicht. Also muss ich an den Eigentümer des Objekts gehen und sage, okay, wie schaut es mit der Genehmigung der Verwaltung aus? Das heißt, ein Angebot ist draußen und es wird automatisch jetzt quasi eine E-Mail rausgeschickt an die Verwaltung, beziehungsweise wenn das Objekt gehört, um auch einfach hier sich eine Freigabe einzuholen. Hey, das Objekt XY braucht eine Nürnungsregulierung. Wir haben hier ein Angebot gehalten von einem Wert von 3.500 Euro. Ich bitte um eine Freigabe. Das heißt, hier wird dann ein Standard geschaffen, der quasi da automatisiert im Prozess abläuft. Ich muss ja erstmal nichts tun selber. So, wir schauen uns mal die Mail an, die ist da angekommen, ist gerade. Sehr geehrte Damen und Herren, für Objekt XY sind Regierungsarbeiten notwendig. Hier wird eine Bewertungsgrenze, also was ist Grenze, 3.500 Euro Regierungsarbeiten sind angesetzt, Erbittung, Freigabe. So, jetzt erhalte ich zum Beispiel hier auch eine Freigabe, das heißt, das läuft durch, ja ist okay, passt, ist freigegeben. Das heißt, ich steige das Ganze ein, ist aktualisiert, ist diesen Status von wem freigegeben. Zum Beispiel Frau Y hat das Ganze freigegeben und jetzt ist der Gesamtzustand der Wohnung für mich selber, wie ist denn der jetzt? Und ich sage, okay, der Gesamtzustand der Wohnung, der passt, der ist nicht mehr entwicklungsbedürftig, sondern der ist okay. Es kann wieder in die Vermietung gehen. Wenn der Status hier anpasst, das heißt, wenn alle Aufgaben erfüllt sind, sodass man die Wohnung wieder ordnungsgemäß vermieten kann, dann wird der Status angepasst, sodass jetzt die Vermietung intern quasi die Info bekommt, dass die Wohnung wieder vermietet werden kann. Das heißt, hier geht ein Prozess los. Ich formuliere das Ganze mal als Beispiel ein E-Mail, aber vielleicht würde interne Prozesse starten, sodass die Wohnungsvermietung quasi dann wieder losgeht. Und hier ist eine quasi simulierte E-Mail an das Vermietungsteam. Hey, das Objekt mit der XY wurde eine Revierungsarbeit durchgeführt. Es kann jetzt nun wieder vermietet werden. Das heißt, das Vermietungsteam geht hin und sagt, okay, ich gucke, dass ich das Objekt vermiete und habe dann irgendwann den Status für diesen Objekt gereicht, dass das Objekt selber Status auf vermietet steht. So, dass das alles abgeschlossen ist und es quasi zum nächsten Objekt gehen kann, beziehungsweise bis das Objekt wieder irgendwann in den Zustand kommt, vermietet zu werden. Also bis es wieder aufbereitet zu werden, um es dann zu vermieten. Das ist ein winziges, also winziges, also ein kleines Beispiel, wie man das handhaben kann. Die Grenzen sind da, persönlicher Meinung, ja, unendlich. Man kann sehr viele Sachen individuell machen, anpassen, egal für welche Prozesse im Unternehmen. Das, wie gesagt, als Beispiel eines, ja, Digitalisierung einer Immobilienbegehung, einer Objektaufnahme für Inspirationszwecke. Ich hoffe, das hat auch ganz gut gefallen. Das heißt, hier ganz gut gehen und sich überlegen, was kann hier sehr gut das Ganze, wie kann das Ganze anpassen in meinem Unternehmen? Welche Prozesse habe ich im Unternehmen, die immer wieder neu verlaufen? Welche Aufgaben sind das in verschiedenen Fachabteilungen in IT und Co.? Was, wie kann ich das Ganze digitalisieren und somit effizienter gestalten? Weitere passende Videos finden Sie hier und hier können Sie unseren Kanal abonnieren. Und vergessen Sie auch nicht die Glocke, damit Sie beim nächsten Video benachrichtigt werden. Unten in der Beschreibung finden Sie weitere passende Links und natürlich auch unsere Kontaktdaten. Ich wünsche viel Spaß. Das war Alexei Kusner von der Firma Leilandwerk. Bis dann.